Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge Risen. Schön, dass du da bist. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Schätzen, die Patty uns als Auftrag gegeben hat. Beziehungsweise schätzen gar nichts, sondern nach den verlassenen Gräbern oder namenlosen Gräbern. Und da sind immer Schätze drin und Hinweise, wie wir an Stahlwatzschatz kommen. So, das machen wir jetzt. Die letzten zwei, die uns noch fehlen, sind nämlich dieses hier. Und dieses, das habe ich in der letzten Folge nicht mehr machen wollen. Denn das wäre sonst zu spät geworden, die Folge wäre zu lang geworden. Ja, insofern machen wir es jetzt. Hier ist mal wieder einer von... Ach, Eriksen, natürlich. Auch wieder einer von Roman aus Männern, der uns begleiten möchte. Alter, du kriegst gleich was auf die Homme. Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? Ha, du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Aber das kannst du ja nicht. Aber Käpt'n Romanov will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarth's Hinweisen suchst. Und was Romanov sagt, wird gemacht. Ach was, ich glaube eher, dass er dich zur Strafe hierher geschickt hat. Das glaube ich auch. Du sollst wohl deinen Mist, den du mit Stahlbarth's Barackenschlüssel angestellt hast, wieder gerade wegen, was? Dir wird dein Spott noch im Hals stecken bleiben, wenn wir mit dir fertig sind, Dreckskerl. Ach so, okay. Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarth's Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann. Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Pah, du Landei. Das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Hm, dieser Vogel. Ich will es nicht hören. Dann muss ich diesen Typen auch noch ertragen. Oder? Der bleibt hier, ne? Ah, nee, der bleibt hier. Er kommt mit. So. Aber erstmal schau ich ihm hier um. Ist ja viel schöner noch hier. So viel Zeug. Ja, na gut. Abgebrochen. No. Na, also. Tja. Eine Nautilus. Und eine Muschel. Ah, da, 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 da. So, ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder vom Rottwurm gefressen. Das wäre unschön. Lustig ist ja auch vor allem die Tatsache, dass die Tatsache, dass die Jungs halt eigentlich immer dort sind oder fast immer dort sind. Naja, fast immer ist auch übertrieben. Aber dass die Jungs hier schon zweimal in der Nähe dieser Hinweise waren und selbst sie nicht geborgen haben, ist auch irgendwie merkwürdig. Warum holen sie die dann nicht einfach? Die Sachen. Wenn sie eh schon wissen, wo es ist. Ich glaube, hier kann ich rüber, ne? Gefahrlos. Wenn ich weiter links oder rechts gehe, dann kommt der Rottwurm und frisst mich auf. Und scheißt mich wieder aus. Alter, die fliegen auch gar nicht schlecht hier. Vorhin das Viech auch schon. Oder in der letzten Folge, ja, gesagt. Ist auch schon so weggeflogen. Och, nö. No, super. Was war das denn für ein Mist? Was war das denn schon wieder für ein Bock Mist? Ich vergesse das auch immer, ne? Daran zu denken, dass dieser Bug noch da ist. Und dieser Bug auch. Verfluchte Axt. Mann. Alter. Leute, programmiert mal sauberer. Meine Herren. Es gibt so Situationen, da platzt einmal als Entwickler echt der Arsch. Wenn man sowas sieht. Was haben wir denn hier? Einen Pilz. Pilz. Und mit Ruhe. Und noch mal. Geht doch. Tada. Wer stopft denn bitte schön Pilz in so eine Truhe rein? Feierabend, ihr Lieben. So, ich will mich erstmal hier unten umsehen. Du musst echt aufpassen hier, ne? Na, hier. Siehst du, der Bug hier zum Beispiel. Jetzt hänge ich da. Komm hier nicht mehr weg. Wenn ich jetzt hier speichern würde, wäre ich am Arsch. Dann wäre ich voll in den Arsch gekniffen. So. Das sieht doch schon aus nach dem Grake, oder? Ruhe in Frieden. Ja, das ist es sogar. Das ist es sogar. So, damit haben wir das eine Grab gefunden. Ich werde trotzdem nochmal oben auf die Insel rauf gehen. Denn ich glaube, da war noch mehr. Das ist noch nicht alles. So, noch ein Hinweis. Nummer vier von fünf. Den schaue ich mir auch gleich an. Ah, der da. Und was haben wir denn hier? Der Mäuterer Nummer eins. Bulba war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich selbst sechs Gräber ausheben. Fünf für die Mäuterer und einen für den Schatz. Bulba. Aha, aha. Gut. Tada. Mal speichern hier. Denn hier oben gibt es doch noch mehr. Irgendwie noch was mit Riesenskorpionen im Kopf, aber die waren eindeutig nicht in diesem Spiel. Riesenskorpione gab es hier nicht. Oh. Aber ich erinnere mich noch an diesen Ort. Und daran, dass man dort unten rein konnte. Nur was es da drin gab, weiß ich nicht mehr. Dieser Sound immer. Doch. Hier gibt es Riesenskorpione. Hier gibt es Riesenskorpione. Hilfe. Hilfe. Oh, ich bin so tot. Zwei Schattenkrieger gibt es hier. Okay. So viel zu dem Thema. Okay. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Und tot. So, an die konnte ich mich auch noch erinnern, irgendwie. Aber hier war doch noch mehr drin, oder nicht? Das waren noch nicht nur die Krieger. Und eine Skorpion. Siehst du, eine Skorpion habe ich mich auch daran erinnern können. Aber ich wusste gar nicht, dass eine Skorpion in diesem Spiel gab. Das ist doch der Einzige in dem ganzen Spiel, oder? Ich glaube, das ist wirklich der Einzige in diesem Spiel. Der einzige Skorpion. Verdutzt. So, dann werden wir jetzt auch noch das letzte Grab ausnehmen. Den Skorpion kann ich den erledigen. Ich meine, mit dem Feuer garantiert. Feuerball werde ich den sicherlich erledigt bekommen. Eine Nuschel. Na toll, der Rotwurm wieder. Mom, 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 mom. So, der hat mich wieder aufgeschlabbert. Schlabbert. Schlabbert. Jetzt neu, der Schlabbert. So, ich gehe nochmal hoch auf die Krone dieses wunderbaren Inselberges. Und hoffe, dass der Viech nicht gleich da vorne ist. Oh, ich hänge. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Ich hänge. Verfluchte Axt. Kackspiel. Mann. Was muss das immer mich irgendwo festhängen? Skorpionstachel. So, ich will mich doch noch weiter hier oben umsehen. Bleibt man einfach an einem Felsen hängen. So, die will ich nämlich haben. Die Heldenkrone. Die ist nämlich sehr wichtig. Das nicht. Aber nehme ich trotzdem mit. Auch mit. So, und dann haben wir eigentlich alles. So, hier gibt es auch nicht mehr. Nö. Gut. Dann können wir jetzt auf zum letzten Grab, oder? Sollte ich mich nochmal irgendwo hinlegen? Ich weiß nicht, ob ich in die Stadt reinkomme. Könnte ich versuchen. Ob die mich reinlassen, ist die andere Frage. Du, dir, du, dir, du. Du, dir, du, du. Solo-Pfeifer. Bist du jetzt glücklich? Ich war auf der kleinen Insel. Ich habe auch einen von Stahlbarts Hinweisen dort gefunden. Sag ihm das doch nicht. Dann ist mein Job hier erledigt. Welcher Job? Du hast doch gar nichts gemacht. Du lebst doch noch, oder? Also, ist mein Job erledigt. Mach besser, dass du weiterkommst. Du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Blöder Ficker. Ja gut, ich musste mit ihm sprechen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber ganz ehrlich, normalerweise, warum hätte ich ihm das denn sagen sollen? Warum soll ich denn meinen Feind darüber informieren, wie viel der aktuelle Status ist? Was für bescheuerter Unsinn. Na gut. Sei es drum. Ich würde mich gerne hinlegen nochmal in dem Spiel hier. So, lass mich rein. Ich muss mich schlafen legen, Junge. Genau, ein schöner Seuchenbett. Ab ins Seuchenbett. So, bis Mittags. Mittags ist immer so eine schöne Zeit, weil da ist das Wetter hier meist am besten. In dem Spiel. Ne? Warum auch immer das so ist. Ne, komm, ich klau jetzt mal nix. Ich will die direkt wieder raus. Komm. Ich bin im Auftrag sicher. Na? So, dann geht's doch. Wenn man sagt, man ist im Auftrag des Inquisitors unterwegs, dann lassen sie ihn plötzlich auch raus. Na, komm. Wie viele sind das? Ich muss immer gucken, dass die so ein bisschen beisammen stehen. Dann klappt das mir auch ganz prima, dass man die mit einem Schuss tötet. So, hier ist eine Kiste. Und da oben ist offensichtlich ein Troll. Ja, da oben ist ein Troll. Großartig. Na ja, das wird ja super. So, du hast dem anderen mal wieder nichts abgegeben, ne? Der andere war hungrig, du nicht. Warte mal, da war noch ein Erzader gerade. Habe ich doch hier irgendwo gesehen. Da, siehst du mal, Erzader. Zack. Mir geht nichts. Das hat sich gelohnt. Zumindest manchmal. So. Ähm, wir müssen jetzt hier hin. Wie komme ich denn dorthin? Von hier vielleicht? Muss mal gucken. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich da hinkomme. Aber wir finden schon einen Weg. Da knurrt irgendwas Großes. Gnome. Gnome. Vielen Dank. Freundlicher Gnome. 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 Ihr blöden Schweine hier. Plündernden Mistviecher. Gnome. Immer dreister werden sie. Wir können doch gar nichts damit anfangen. Die Viecher. Was wollen die denn mit Gold? So. Genau. Wenn wir jetzt hier hochgehen, dann kommen wir doch... Genau. Und dann vorne links und dann rechts. Dann kommen wir hin. Bestimmt. Wahrscheinlich ist das wieder genauso versteckt wie der Sumpf. Beziehungsweise die östliche Ruine. Wo ich einfach mal schnurstracks dran vorbeigelaufen bin. So, ich glaube da von da links geht nichts ab, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe mal hier lang. Das andere kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich habe es in der Vermutung. ein Pleitegeier, drei Pleitegeier, drei Pleitegeier, vier Pleitegeier. So, 50 Erfahrungspunkte sind immer noch besser als nix. Ich gehe das alle Anni. Okay. Ich bin ein, schluss. Ja, ich bin ein, schluss. Ja. so wollen 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 sie einen wollen einer ist runtergefallen na gut um den stelle ich mir jetzt mal nicht so ihr lieben bauern habt ihr hier vielleicht ein namenlos graber ich lasst uns handeln handeln ist gut ich hätte da gerne ich hätte da gerne was verkauft 130 verkaufswert echt so ein miss das war das die waffe die der der echsen echsen meister da hatte nur ein stück bronkos schwert hebe ich auf weil das ist nicht gut dornenkeule lieber scholli zum glück bringen die waffen mittlerweile ein bisschen kohle ein das ist ganz gut druidenstab den brauche ich noch stabiler ast so jetzt sollte ich eigentlich schutz vor hiebwaffen und bla 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 runen schild natürlich auch geil perlenkette und gold kette so bisschen kohle haben wir wieder das ist schön hervorragend dass mich raten dass du dort oben wir sind nicht hier dass dort oben super das ist natürlich jetzt ätzend jetzt habe ich die die schweine schon in wildschweine verwendet hier was denn los würde ich glaube ich gehe mal schlafen so ein mist so ein mist bleibt die frage wie ich dort hochkomme ich habe genügend eigene sorgen das glaube ich dir ich habe einmal ich habe eine idee bin ich ganz sicher aber ich glaube ich weiß wie ich da hochkomme hier sind schon wieder so viele wölfe ne das stimmt allerdings habe ich noch paar hühnchen frittiert oder ging das alles so ich sollte noch mal schlafen gehen das hat mich jetzt gerade sehr viel energie und alles andere auch gekostet außerdem schlafen super sache hier in diesem spiel das macht man viel zu selten misst jetzt das wetter nicht mehr so schön so ein ärger zu lang geschlafen weißt du so irgendwo ging hier doch ein weg hoch perfekt wollte ich gerade sagen feldin krone und kram so ich dachte wie gesagt dass hier im weg hoch geht und dort vorne in die höhle rein aber das bringt wahrscheinlich gar nichts ja bist hat nicht mal was gebracht dass ich die umgeboxt habe ich meine es geht hier halt irgendwie hoch aber das wird nicht viel weiter bringen oder weil das ding ist ja doch vor und dort vorne hier ist zwar auch noch so was wie ein see im teich aber das ist ja nicht das ist ein anderer nichts zu holen was habe ich mir gedacht das habe ich doch schon mal versucht so ach das habe ich noch gar nicht ist ein ding ich dachte ich hätte schon alles entdeckt das hat sich gelohnt ja aber die habe ich doch schon oder tja komisch man entdeckt immer wieder was neues obwohl man dachte man hätte alles habe ich doch die auch schon oder oder nicht nichts zu holen genau weil hier war ich doch schon mal genau und da komme ich dann hier beim sumpf raus richtig beim banditenlager also beim sumpf des banditenlager so aber da will ich ja gar nicht hin ja es bringt alles nichts dann bin ich doch falsch hier die habe ich auch noch nicht das ist ein ding ein edelstein die habe ich schon geplönert das weiß ich die auch da oder das ist ganz ehrlich lassen wir das bevor ich mich wieder aufrege hier künstlich wegen dieses kackbugs da scheiße ich lieber mal auf so eine auf so eine ader gut ich versuche es einfach versuche den anderen weg nochmal vielleicht das ist ja doch dort hinten das ist auf jeden fall dort oben ich weiß noch nicht wie ich da hinkomme man sieht das hier auf der karte ja auch nicht so richtig was der weg dorthin sein könnte so und was er ja letztes mal auch schon gesagt hatte ich muss mir unbedingt noch tränke braun das ist auch wichtig äußerst sogar oder ist das hier hier ist es nicht oder hier sieht nichts nach grab aus kein grabstein nichts ne ok hier auch nicht hier ist ein toter stollen ein alter hier waren auch letztes mal schon so viele wölfe drin was soll das denn hier 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 So, ey, immer wieder ist diese Kackhöhle voll mit Wölfen, ey, als würden die irgendwie ihre Metastasen hier ablegen. Widerlich. Als würden die so Eier legen oder so, weißt du, wie so Aliens. Und mal wieder auspoppen. Vielleicht ja hier. Vielleicht ja hier, ich bin nicht. Oh, ein Skelettkrieger. Was macht der denn hier? Ja, toll, ganz tolle Wurst. Idioter. Ja. So, Freundchen. Nicht mit mir. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir kommen von hier aus dorthin. Das letzte Grab. Das muss dort oben irgendwie sein. Nur wie geht's da hin? Das geht garantiert nicht dahin, wenn ich jetzt hier wieder runtergehe. Das bringt alles nichts. Hier sieht man wieder so eine Linie. Das heißt, wir sind hier völlig falsch. Skelettkrieger. Skelettkrieger. Aus der großen blauen Buddel. Und suche einen Weg, hier runter zu kommen, ohne zu sterben. Das ist ja schön, dass ich auch schon herkomme direkt. Mensch, wer hätte das gedacht? Immer noch falsch, ja. Mehr Wölfe. Super. So, Level up. Immerhin. Immerhin, immerhin. So viele Viecher hier, ey. Meine Herren. Dort geht's zu den wahrscheinlich auch wieder am Vasallenring, Burgherren, irgendwas, Giraffel. Und vielleicht geht's ja auch dort irgendwie, man weiß es ja nicht, vielleicht geht's ja doch irgendwie dort rüber. Vorstellen kann ich's mir ehrlich gesagt nicht. Nicht genug Mana. Ja. Super. Das ist ja Mist. Alter. Da musst du mal auf hier. Immer dieses rückwärtsgelaufe. Läuft du mal 10 Meter vorwärts, 15 Meter zurück. Und dann 20 Meter vorwärts. Irgendwie so. Alter Scheißer. Guck dir das an. Was für ein Fest. Boah, das sind viele. Boah, das ist ja. Oh. Puh. Alter. Was ein... Eine Menge Viecher. Okay, da lag noch eine Klinge. Meine Janne. So, ich wollte doch eigentlich hier zu den Burgherren. Und bin jetzt wieder ganz falsch gelaufen. Auf der anderen Seite war das auch schön. Huch. Was tue ich? So, hier ist es auch nicht. Aber ich bin ja auch ganz woanders. Ich muss auf die andere Straßenseite. Da ist bestimmt wieder ein untoter Burgherr drin, oder? Kommt nochmal von vorne. Jawohl. So. Wäre auf jeden Fall schön, wenn das so wäre. Jetzt sind wir eben schlafen hier. Nicht, solange mir noch einer auf den Sack geht. Echt jetzt? Hui. Siehst du, war sein Ring. Und was kommt da? Tada. Vier von sechs. Na super. Und das ist jetzt wo? Dort. Okay. Nur damit ich mir halbwegs merken kann, welche ich schon habe und welche nicht. So, bis Mittags schlafen. Und dann müssten wir auch eigentlich gleich erstmal die Folge beenden. Auch wenn ich immer noch nicht das letzte Ding habe. Aber, was will man da machen? Da kannst du nichts machen. Muss irgendwie... Ja, da nicht, aber da muss das irgendwie sein. Und dann auf der anderen Straßenseite. Gut, wir finden das schon raus. Ich werde jetzt erstmal mich Richtung Vulkanfestung... Westliche Ruine? Nee, Vulkanfestung. Teleportieren. Und dann gehe ich von dort aus einfach mal nach Süden und gucke mal, ob ich von dort aus irgendwie den Weg finde dahin. Genau, das mache ich aber in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und dann, äh, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.